Schokolade macht satt, so heißt der Film von Roland Wehab, der jetzt in der Schokolademanufaktur von Josef Zotter bei Rigersburg präsentiert wurde. Der Chocolatier unterstützt seit 2012 die Organisation Helfen ohne Grenzen und spendet pro Tafel Schokolade macht satt 30 Cent. Damit konnten bisher knapp 93.000 Mahlzeiten für burmesische Flüchtlingskinder in Thailand finanziert werden. Nach der Präsentation verteilte Josef Zotter sechs Meter feinste Schokolade gegen freiwillige Spenden.